Zwillichtige Gestalten Zwillichtige Gestalten Wieso? Aus mir kriegst du nichts raus! Du weißt, wie wir 50.000 Volt tun, oder? Die holen ihn aus dem GCPD raus! Du kannst es nicht mehr aufhalten! Warum so pessimistisch? Sie hätten mal fragen können, warum Sie das Ding mit einer Selbstzerstörung ausstatten sollten. Das war nie ein sonderlich beliebtes Wort im Mr. Wayne's Vokabular. Ach ja, die verbissene Unnachgiebigkeit, die wir so sehr liebten. Diese Jungste allerdings wirken sehr nachgiebig. Sie pfuschen herum, Mr. Grayson. Vielleicht sollten Sie einschreiten. Was zur Hölle geht da oben vor? Wieso stehe ich in einem dunklen Aufzug fest? Wir haben den Strom gekappt, wie Sie wollten. Danach, ihr Tortel, den Strom kappen, nachdem ich draußen bin. Ups! Kommt schon, Jungs! Wehrt euch doch mal! Sehr kooperativ. Ich brauche Meldung. Was geht davon? Okay, ich habe Zugriff. Bin dran. Mir kam gerade... Ihnen gehört jetzt hier so ziemlich alles, oder? Sie wollen sich doch nicht etwa Geld von mir leihen, Mr. Grayson. Sie haben bestimmt schon wilde Partys geschmissen. Der Hammer, wie man mal fragt. Haha. Wir haben dich durchschaut, Nightwing. Komm nur her, Milchgesicht. Kannst du das mal lassen? Ich habe vom letzten Mal jemanden umgekehrt. Hört sie dann! Anfangen da rein! Nein! Nein! Nee! Nein! 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 Neuformieren! So lange kriegt er uns nicht! Ich werde ihm nicht helfen! Ihn hat er nicht! Warten besser auf! Steine Machtgestütze auf! Hier drüben! Er ist unter dem verdammten Boden! Lasst ihn nicht entkommen! Das liegt locker! Findet ihn! Ab! Na, ziemlich gut. Okay, Verteilerkasten neu verkabelt. Gute Arbeit, Mr. Grayson. Bleibt noch einer. Oh, das Brautpaar bestellt Grüße. Miss Gordon... Verzeihung. Miss Gordon Drake war so frei, uns einige Fotos zukommen zu lassen. Der Inselurlaub scheint erholsam zu sein. Das wärmt das Herz. Lucius, das war's. Mach dich bereit! Nighting macht gleich Ärger! Wir sind bis an die Zähne bewaffnet. Der kann uns nicht... Schlafen! Die Lüftungsschächte los! Gut gemacht, Sir. Jetzt wirst du skalpieren, Harry. Mann, bin ich gut. Okay, Oz. Holen wir dich aus diesem Aufzug. Bereich gesichert, Lucius. Setzen Sie den Aufzug in Gang. Hey, Boss, wir holen Sie da raus. Ach ja, wo ist Nightwing? Der ist hier. Wollen Sie vielleicht Hallo sagen? Haha, das wär' ich. Ja, das darf doch nicht. Sehr verbunden. Sollen wir den Scheinwerfer auf dem Dach reparieren? Das Symbol austauschen? Was meinst du? Danke fürs Angebot. Aber ich helfe nur aus. Hey, Kurzer. Wir hatten dich schon ganz schön vermisst. Let mich! Wir haben dich. Wir haben dich. Ichicos-